PureClick, die neue und revolutionäre Lösung für Klickböden. Dieses Demo-Video zeigt, wie einfach und schnell sich der PureClick-Boden verlegen lässt. Mit dem vierseitigen Klicksystem klicken Sie die Dielen einfach in jeder Richtung zusammen. Zuerst verbinden Sie die Schmalseite und dann die Langseite. Es ist ganz einfach. Das kann einfach jeder. Die identischen Verriegelungsprofile an allen vier Seiten ermöglichen eine wesentlich schnellere PureClick-Verlegung als herkömmliche Klicksysteme. Um mit der nächsten Reihe zu beginnen, müssen Sie nicht zum Anfang zurückkehren. Mit PureClick können mehrere Bodenleger gleichzeitig an der Verlegung desselben Bodens arbeiten. Der Raum ist in kürzester Zeit fertig. Werden Sie kreativ und verlegen Sie den Boden in jedem gewünschten Muster. Sie können auch verschiedene Farbtöne kombinieren, um einen umwerfenden Effekt zu erzeugen. Fliesen und Holzdekore können sehr einfach in einer Fläche kombiniert werden. Perfekt für offene Küchen-Wohnraumübergänge. Der Unterboden muss kaum vorbereitet werden, dank der revolutionären RCB-Technologie. PureClick kann auf bestehendem Hartboden wie Fliesen oder Laminat verlegt werden. Ein Traum für Renovierungsprojekte. PureClick eignet sich für jeden Raum in Ihrem Haus. Die PureClick-Kollektionen können auch für Geschäfts- und Büroräume eingesetzt werden. Lassen Sie die PureClick-Dielen vor dem Verlegen bei Zimmertemperatur akklimatisieren. Sie müssen keine kostspielige Ausrüstung zum Verlegen des PureClick-Bodens kaufen. Ein einfaches Teppichmesser reicht völlig aus. Entfernen Sie die Verbindungselemente der Dielen der ersten Reihe auf der zur Wand zeigenden Seite. Beginnen Sie mit dem Verlegen in irgendeiner Ecke des Raums und klicken Sie sich zur anderen Seite. Setzen Sie in regelmäßigen Abständen an jeder Zimmerwand Abstandshalter ein. Mit der nächsten Reihe beginnen Sie genau da, wo Sie mit der vorherigen aufgehört haben. Messen Sie die benötigte Breite für die Verlegung der letzten Reihe und schneiden Sie die Dielen entsprechend zu. Wenn Sie in angrenzenden Räumen weiter verlegen möchten, nutzen Sie bitte unser dekorgleiches 3-in-1-Profil als Übergang. Geben Sie den neuen PureClick-Boden mit passenden Sockelleisten den letzten Schiff. Wir empfehlen dringend die Verwendung von Barry Alloc Vinylplankenpflegemittel für Ihren neuen PureClick-Boden. Im Handumdrehen hat sich der ganze Raum verwandelt und Sie können sich an Ihrem PureClick-Boden erfreuen. Ein wahrer Traum von Boden. 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 Im Handumdrehen hat sich der ganze Raum ja immer noch zu verlegen. Não, der ganze Raum die Ausflackemittel für Ihren Plan rechtfertigen. Es geht um Wohlren und Umzug zurückweg, wenn ich das große Zeit gesch dresses habe gestellt. Vielen Dank.